So, so, so YouTube, hallo, hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. So sieht's aus, wir wollen drei entspannte Runden Geotastic machen mit unendlich viel Zeit und diesmal verwechsel ich nicht Ungarn, Rumänien oder Mexiko und, äh, Kyrgyzstan, genau. Deswegen starten wir rein in Runde 1. Oh ja, geiler Ort. Japan. Nee, nicht Japan, oder? Ah, ah, könnte noch, könnte, nee, Motor Goat Asians, H2O. Das eine Auto sieht so klein aus. Auf jeden Fall ein cooler Ort. Guckt euch das mal an hier. Bäume. Oha, könnte... ...interessant werden. Wirkt irgendwie... Das kleine Auto macht mir ein bisschen... Mangrove Bay Road. Ähm, Amerika, so Moor oder Jungferninseln? Die Sonne ist im... Man kann's nicht klar sagen, nicht? Die ist irgendwo hier und das ist zwischen Nord und Süd genau der Schwankpunkt. Die ist im Osten. Ah, das hilft mir nicht weiter. Caution, Speedbumps. Wir haben... Wir haben Linksverkehr. Okay, Linksverkehr haben wir. Wichtige Information. Da fällt schon mal ein Großteil der Länder mit raus. Dann kann's eigentlich nur noch Jungferninseln sein, nicht? Oder Guam. Oder Nördliche Marianne. Oh, wartet. Was stand da? Medical Office. Hier waren Schilder. Food and Drinks. The Somerset Country Square Restaurant and Pub. Somerset? Ah, ich hab irgendwie... Irgendwas sagt mir Somerset. Nördliche Marianne, oder? Somerset? Ich bin der Meinung, ich kenn' Somerset. Irgendwas war mal mit Somerset. Spontan seh ich's nicht. Was haben wir hier? Shaw. George G. Shaw. Champion Match. Open. Wine and Sprites up here. So. Wir sehen Australien, England, Amerika und eine Flagge. Die ich nicht zuordnen kann, eine britische. Somerset. Ist das eine Kanalinsel? Das wär krass. Das kann keine Kanalinsel sein. Somerset Pharmacy. Wir waren hier schon mal. Wir waren hier schon mal. In Somerset. Ich kann mich erinnern. Deswegen kommt mir das so bekannt vor. Aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Heads and Seniors? Schweinerei. Schweinerei. Stop Shield. Oh, hier Polizei. Immer gut. Meistens steht doch drauf, wo sie genau herkommen. Aber wir sind zu weit weg. 9-1-1. Da vorne vielleicht. Community Police. Somerset Police Station. Bermuda. Bermuda. Schon wieder? Wir waren doch vorhin schon auf Bermuda. Heute so auf Bermuda. Bermuda. Äh. Bermuda. Da oben. Deswegen Somerset. Ja. Okay. Wollte doch sagen. Irgendwas hatten wir vorhin. So. Wir sind vor Police Station. Somerset Marketplace. Grey Station. Ocean Bakery. Churchill. Sandy Spots. Ja gut. Irgendwo hier. So. Wir gehen zurück. Und gucken nochmal aufs Meer. Also ganz ehrlich. Bermuda gefällt mir richtig stark. Also ist super sauber. Ähm. Hübsche Häuser. Ich glaube da kann man echt gut Urlaub machen. WSC Welcome. Ja, aber wir brauchen die Straße. Habt ihr den Straßennamen? Für uns. Ansonsten. Wir sind am Wasser. Und das die. Ist das nicht die gleiche Brücke? Ne. Das ist nicht die Brücke. Nicht. Da wäre dann ja hier der Flughafen. Äh. Wir sind an der Brücke. Das heißt wir stehen am. Grove Bay Road. Stimmt. Watford Sports Club. Waterbridge Terminal. Ähm. Hier ist doch ein Name. Wartet. To Ferry. Ferry Bridge Terminal. Macht auf jeden Fall Sinn. Dockyard. Blablabla. Ja. So. Aber auf welcher Höhe genau stehen wir? Wir stehen wieder mitten in der Kurve. Das macht's nicht leicht. Das Problem ist, ich seh den Beach nicht. Dann stehen wir hier, ne? Der Beach kommt erst hier hinter. Das ist das erste Beachgebäude. Das ist das hier. Das Sunset Studio. Ja, muss Bermuda sein, die Insel. Ja, ne? Ich glaube, ich war da mal Urlaub machen. Echt? Du warst mal auf Bermuda. Krasse Sache. Da beneide ich auf jeden Fall. Ich reise nicht gerne, aber wenn ich hier bin, da krieg ich, das ist wirklich eine der wenigen Orte, wo ich sage, hier krieg ich Urlaubsfeeling. Wo ich, nicht, man hat was zu gucken. Historische Sachen. Hier können wir einen Super streamen. Ich weiß noch nicht, wie das Wetter da ist. Und das sieht doch noch gut aus. Okay, aber es könnte auch sein, dass das da das andere ist hier. Dass das gebaut wurde. Das ist das hier, Sugarcane. Und das ist das Studio. Würde aber immer noch erklären, dass wir genau davor stehen. Und da kommt ja schon die Kurve. Dann würde ich sagen, stehen wir sogar genau da, wo nix ist. Und Finish. 8,47 Meter. Jawohl. Cool. Ja, Bermuda. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Und damit geht es schon in Runde 2. Oh, schon wieder eine Insel. Oder? Aruba oder Curaçao? Oder? Ah, wohl vielleicht auch eher... Domrap? Ich kann das da nicht zuordnen. Wir gucken einfach mal ein Stück rum. Your Moritz School. John Moritz. Vielleicht Afrika? Okay, dann hätte ich mich aber total vertan. Ich meine, wenn es Afrika ist, hier steht Niederländisch dran, dann kann es nur Südafrika sein, nicht? Also, ist kein Niederländisch. Wie heißt das? Afrikaans wird das sein. Dann. Da. Ein wunderbarer Schild. Das wird uns alles Weitere sagen. Harto Airport. Punda. Ne, dann sind wir Curaçao, nicht? Punda. War das nicht hier? Irgendwo hatten wir doch noch nicht Punda. Punda. Oder auf welcher Insel war Punda? Harto Airport. Harto Airport. Punda. Hier war St. Michael, nicht der Flughafen oder so. Ne, da oben. Curaçao International. Harto Airport. Oranjestad. Barcelona. Wer wusste es nicht? Hier ist der Flughafen. Queen Beatrix. Ne. Harto. Borneo. Harto. Oder war doch hier Harto. Harto gar nix. Präsidente Flughafen. Ne. Boah. Wisst ihr, was am schlimmsten ist? Nicht. Die Sache wirklich zu suchen. Sondern im Kopf versuchen, sich zu erinnern. Wo Harto war. Westpunt. Aber ich habe doch gerade Westpunt gesehen in Curaçao, oder? Warum sehe ich den Rest nicht? Da ist Westpunt. Und 40 Kilometer. Muss doch passen. Wo ist denn Punda? Und wo ist Harto? Bin ich heute blind, oder zeigt er mir echt die Sachen nicht an? So, das ist Piscadera. Drei Kilometer. So, in dem Umkreis müssen wir sein. Das zeigt er mir wegen sich denn an. Aber wo ist denn der Rest? Ja. Parera. Habi. Youngblood. Montana. Montana Ray. Montana Black. Jean Thiel. Jean Geblood. Wilhelm Stad. So. Äh. Wie? Westpunt, okay. Steht oben dran. Piscadera steht dran. Obtrod Banda. Hier steht auch dran. So, das heißt, wir sind hier zwischen. Eher Richtung Ostrabanda. Aber wo ist Punda? Das hab ich schon mal gehabt. Und Punda hab ich echt nicht gesehen. Daniel seh ich. Punda. Ich will es einfach nur für mich, damit ich mich beim nächsten Mal erinnere, dass es sofort da ist. Und ich frag mich halt, warum heißt der Curaçao International Airport und nicht Harto Airport? Hm. Swox, Mahuma, Vampa, Rosenday, Vichy, Buona Vista, Santa Maria, Sunny Valley, St. Jakob, America Camp, Junglebat, Yonshi, Salina, Yantil. Aber die beiden Sachen, die auf dieser Karte stehen, stehen nicht hier, nicht? Wann spielst du deinen Survival-Spiel-Selbstversorger mit Zombie-Game wieder? Hallo Angelino Steinberger. Ähm. Morgen ist auf jeden Fall Frostpunk 2 und je nachdem, wie gut Frostpunk 2 ist, werden wir das eine Weile spielen. Ähm. Und dann vielleicht abwechselnd, wenn ihr nachfragt, natürlich auch, dann Seven Days to Die. Ähm. So heißt das Spiel nämlich. Ähm. Ja, also, jetzt weiß ich, das Interesse ist da und dann gucken wir doch mal, ob wir das, ja, auf jeden Fall nächste Woche einmal, mindestens, wenn nicht zweimal, je nachdem wie gut Frostpunk wird. Wenn Frostpunk mich so catcht, dass ich eine halbe Woche durchspiele, dann zumindest zum nächsten Wochenende da auf jeden Fall. Ich würde sagen, spätestens Samstag nächste Woche spielen wir Seven Days to Die, wenn nicht sogar Montag und wenn Frostpunk ganz schlecht ist, vielleicht sogar schon Samstag. Ansonsten, das Let's Play auf dem Kanal, da kann man nochmal alle Folgen nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob das ganz, ganz alte Let's Play von der Alpha 16 vielleicht sogar noch verfügbar ist. Äh. Erasmus. Ich sehe den Eifelweg. So, das ist schon Dings. Und das ist schon Dongs. Gut, wir können natürlich auch hier hinter sein, nicht? Wenn das Zwei und das Drei weg ist, dann können wir auch hier sein. Oh. Und ich glaube, das heißt Erasmus-Straat, nicht? Nicht ST. Amos-Straat. Ich meine, ich werde nicht mehr Hinweise kriegen, nicht? Ich, äh, was soll ich sonst für Hinweise noch bekommen? So viele Straßen haben die theoretisch auch nicht. Können höchstens gucken, ob wir die Ausrichtung besser eingrenzen können. Okay, wir gucken mal nochmal die große Straße hier. Wie die heißt. Ich meine, hier ist ja ein auffälliger Kreisverkehr. Mit diesem Rhetornos. Der ist eher oval, nicht wahr? Und der endet hier. Hier ist die große Straße. Wie heißt du? Dennis ist hier. Oh. Und im Süden liegt ein großes Schiff an. Oh, guck mal. Ah, da können wir nicht hinfahren. Ist das gemein. Ich dachte, was ist das für ein Häuserblock? Und dann auf einmal, ach ja, ist ja ein Schiff. Verrückt, nicht? Wie riesig die Schiffe geworden sind. Du schaust dann mal wieder rein. Immer gerne, Angelino. Einfach gucken, was ich spiele. Und wenn es gefällt, guckt zu. Auf jeden Fall, Seven Days wird noch eine Weile bleiben. Wir haben einiges vor. Und müssen einiges da drin tun. Nicht wahr? Die nächste Horde nachkommt auf jeden Fall. Texas Halt in. Das heißt, irgendwo haben wir hier einen Hafen. Ja. Das sind aber alles keine Häfen. Vielleicht. Na, hier rein werden die nicht fahren mit dem Boot, nicht? Wahrscheinlich hier Marchi Pier oder so. Also eigentlich muss ja unsere Straße jetzt auftauchen, wenn ich hier rumgehe, nicht? Und wir müssen noch diesen Kreisverkehr erkennen. Mit diesem Return-O-Ding. Der muss ja abgebildet sein in irgendeiner Weise. Was könnte der hier sein oder so? Ah, es passt nicht. Aber er kann ja nicht viel weiter weg sein. Und wir können nicht viel weiter weg sein. Hier ist so ein... Weil hier ist halt Wilhelmsplein. Okay, wenn wir auf der Seite wären... Hier wäre eine große Straße, nicht? Juvansweg. Borderstraut. Borderstraut. Frederikstad. Okay, wie heißt die Straße? Wie finden wir das raus? Wo schreiben die das ran? Hier ist eine Tankstelle noch. Das hilft mir auch nicht. Aber mit Straßenheim haben sie es ja. Curaçao Museum. Okay. Hier können wir nochmal gucken. Das steht euch vorhin gar nicht gesehen. Hinterm Busch. Da. Ring. Punda. Okay, Ring. Zwei Kilometer sind wir vom Ring weg. Und hier ist das Museum. Dann können wir ja nur... ...gerade hier irgendwo rumtingeln. Zwei Kilometer vom Ring entfernt. Kommt aber nicht ganz hin, nicht? Gut, aber es ist Kura Hulanda und nicht das... ...Kuraçao Museum. Ich sehe auch immer nur die Emma-Straut hier. Ich meine, zwei Kilometer vom Ring würde ich eher sagen hier. Oder hier drin. Vielleicht hier hinten. Ja. Hier gibt es nur den Piscada-Weg. Und das andere hat keinen Namen hier hinten. Die können auch... Wir müssen auch... Okay, hier ist ja Ostbanda. Wir können ja dann nur da sein. Also entweder hier, weil wir... ...nach da zwei... ...drei Kilometer haben und nach da zwei. Das heißt, wir können auch hier sein. Aber da sehe ich es halt auch nicht. Das Museum sehe ich nicht. Und unsere Straße sehe ich halt auch nicht. Und eine Straße, die so aussieht wie unsere, sehe ich halt auch nicht. Oder das ist umgebaut worden. Das kann natürlich sein... Von wann sind die Bilder? Das hatte ich schon mal. Und dann waren die Bilder von 2015... ...und das war alles komplett anders. Wo sieht man das? Warum ist das versteckt? Hier bei den Wolken ist schwierig zu erkennen. Wenn es im Himmel ist. 2,19. Okay. Vor Corona zumindest. Hm. Wir sind aber direkt... Nicht? Also das Wasser ist direkt südlich. Große Anlegedinger. Und eine große Straße. Oh... Pundas... Ring. Also wir fahren nach... Osten... Nach Otrabanda rein. So. Das heißt, wir können nur hier sein. Und dann können die Schiffe... Können nur hier anliegen. Weil hier ist nix. Und hier ist nix. So. Dann ist das die große Straße. Dann geht das hier zu den Schiffen rein. Das heißt, wir kommen von hier an. Und dann müsste unsere Straße hier sein. Aber ist sie nicht. Und den Kreisverkehr sehe ich halt auch nicht. Der hier irgendwo... So komisch ist bei uns. Mit diesen beiden Returnos. Ich hätte schon gedacht, dass man den erkennen kann. Den wird man auch erkennen können. Okay, Richtung Osten von unserer Position aus. Kommen wir da... Auf ne zweite große Straße. Nein. Guckt mal. Wir kommen in ne Sackgasse. Sankt Jossa. Okay, wir sind in so einem Kreisding. Das ist das Problem. Die Straße ist so ein Kreis. Unser Stammbaum ist ein Kreis. Okay. Und du heißt... Havest. Blablabla. Das heißt, wir haben irgendwo so ein... Hier, das hier könnte die sein. Sowas. Aber hier steht nicht Haveststraat dran. Wir sind ja nach Osten gefahren. Wir können in diesen Dingern, die nicht benannt sind, vielleicht hängen. Oh, shit. Wenn ich nach Osten fahre, hänge ich im Nirgendwo... Also auf jeden Fall ein anderes Suchniveau, nicht? Sonst suchen wir große Straßen. Jetzt suchen wir kleine Straßen. Bin ich vielleicht... Übersehe ich irgendwas? Sind wir... Sind wir vielleicht hier drin? Irgendwie so eine Scheiße? Ich bin immer noch der Meinung... Hier fahren wir rum. Dann... Haben die die Straßen umbenannt? Dockerstraße? Java-Straße? Auf jeden Fall Programmierstraße? Okay, wir bauen noch mehr Straßennamen. Aber das... Dass ich das Ding nicht sehe... Und hier fahren wir im Kreis rum. Okay, was passiert denn, wenn wir nach Westen fahren? Eine Schule. Okay, wir können nicht weiter nach Westen. Warum nicht? Doch, können wir. Da kommen wir auch auf eine... Hier kommen wir auf eine... Ja, mittelgroße. Eine zweifach gespaltene. Aber das muss man doch auch erkennen. Die Straße teilt sich in drei Straßen auf, wovon einen Rundding macht. Und zwei gehen auf eine Straße, die doppelt ist. Und die führt direkt zum Wasser. So. Das kann ja eigentlich nur die Straße sein hier. Die direkt zum Wasser führt. So, und wir kommen von... Von welcher Seite? Die geht Nord-Süd. Und wir kommen aus dem... Osten und fahren westlich auf die Straße rauf. So. Das könnte hier sein. Könnte aber auch... Passt halt nicht, weil da der zweite Dings fehlt. Vielleicht hier? Gibt's aber auch so eine Auffahrt nicht. Oder halt bei der. Und da gibt's auch nur Kreisverkehre, wenn man auffährt. Okay, finden wir heraus, wie die hier heißt. Korredo. Wo ist Korredo? Da ist Punda. Boah. Okay, da ist Punda. Das ist zwei Kilometer weg. Das ist ein Kilometer weg. Purunji. Scharro. Ich kenne das fast besser als Leipzig. Okay, aber Korredo steht nicht dran, wenn ich mich... Ich irre. Oh, das ist... Das ist hart. So schnell haben wir den Ort gefunden. Und hier, wir können sogar noch weiterfahren. Da brauche ich unbedingt Herzen im Chat. Das ist gut. Und Likes. Das ist auch immer gut. Korredo George Hück. Nee. George Hück. Ich sehe auch keinen George Hück. Irgendwo. Was bist du? Vielleicht steht das dran. Aqualektra. Aqualektra. Ja, okay. Dann sind wir da. Aber dann gibt es unsere Straße nicht. Das ist scheiße. Und das hier gibt es vor allem nicht mehr. Das heißt, das wurde alles umgebaut. Ah, kacke. Okay, müssen wir Straßen zählen. Also, wir kommen von da hinten. Das ist die große. Da kommt noch mal eine Teilung. Ich glaube, das ist das. Dann kommt die Schule. Und hier ist der Donnerstrat. So, das ist die hier. Dann ist das hier falsch abgebildet. Und das ist der Kreisverkehr, wo man wieder zurückkommt irgendwie. Interessant. Ja, hier muss irgendwas umgebaut worden sein. Nicht? Also, das hier gibt es nicht mehr. Das ist das hier. Aber das geht hier wieder zurück. Und das ist auch eher ein Oval. Oder ein Dreieck. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, wie hier abgebildet. Das Ding fehlt zum Beispiel komplett. Das hätte geholfen. So, und wenn wir jetzt starten, sind wir bei der... Ach, sag mal. Erasmus. Jan Erasmus. Oh. Da fehlt das Jan. Das ist weggebrochen. Ich habe natürlich immer nach E gesucht. Boah, ist das eine Scheiße. Ist das gemein. Nicht? Erasmus Straße. Ich suche die ganze Zeit E, 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 E. So als Kurzding. Dass da Erasmus als zweites Wort steht. Da steht ja auch nicht J-Punkt. Es ist einfach nur abgebrochen. Oh. Das ist ja richtig mies. Oh, ist das gemein. Deswegen hat das alles nicht gepasst. Aber trotzdem. Die Straße fehlt. Nicht? Das Dreieck. Ja. Das hatte ich ja schon vermutet. Die Schule ist nicht wirklich drin. Nur mit College. Gut. Vielleicht gibt es die da nicht mehr. Äh. Dann stehen wir halt. Äh. Dort. 0,43 Meter. Das ist doch eine Belohnung. Dafür, dass wir es dann geschafft haben. Juhu. Und damit würde ich sagen, gehen wir weiter in Runde 3. Galaxy Note 4. Do you know it? Afrika's first two year variety. Okay. Also wir wissen, wir sind in Afrika. Ähm. Wir sind in der Kyograve Road. Ben Kivakano Road. Bombo. Bombo Road. Aber ist das Bombo? Maserunel? Ist eher Smbane Bombo? Lobombo? Wo? In die Richtung? Oder ist es eher so hier wo? George Optical. Na, gucken wir mal weiter. Oh, es ist auf jeden Fall Uganda. Auf jeden Fall Uganda, würde ich sagen. Dann sind wir in Kampala. Mir ist nämlich gerade was anderes aufgefallen, was ich eigentlich sagen wollte. Es ist auf jeden Fall nicht Südafrika. Moscheen. Also eher, ähm. Ja. Arabisch geprägter. Ja. Und dann kam gleich das nächste. Uganda. Punkt UG. Ähm. Sehr schön. Bank of... Ja, okay. Da steht sogar ausgeschrieben. Ich hab das UG da unten gesehen. Und da steht ganz groß Bank of Afrika Uganda. Und wo guck ich hin? B-B-B-B-B-B-B-B-UG. Guck doch einfach richtig hin. Mann, 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 Mann. Ich und meine Augen. Also wer mir Augen spenden möchte, gerne jederzeit. Ich sag's euch. Ich kann mit dem echt nix anfangen. Ähm. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wo sind wir? Master Plaza. Ich glaub, wir können nur ein Kampala sein, oder? Von der Größe. Und ich würd sagen, wir sind auch irgendwo ziemlich in der Innenstadt. Hier ist ein Platz. Hier sind Einkaufszentren. Cooper Complex. Wir haben die Master Plaza. Vielleicht haben wir Glück. Und sehen den hier irgendwo. Shopping Mall. Der liegt in Richtung Westen von der Straße aus. Victoria Mall. Ocavo Mall. Oh, die haben sehr, sehr viel, nicht wahr? City Plaza. Cooper Complex wieder. Clock Tower. Ah, ich glaub, das lohnt sich noch nicht danach zu suchen. Ähm. Den Park. Ah, das ist eher ein Stück. Stück grün, nicht? Nicht ein richtiger Park hier. Ja, ist nur ein Stück grün. Hilft also auch noch nicht. Wir gehen aber an den Start zurück. Im Westen, in der Moschee. Hier, da steht doch was. Kyagerod. Ecke Ben-Ki-Wanuka. Kiwanuka und Bombo. Kiwanuka und Bombo. Kyagawa. Wer es sieht, schreit. Und wer es nicht sieht, muss ein Like da lassen. So gemein bin ich. Kyagawa. CL. Kyvala. Kyage. Kyra. Kyra. Äh. Näh, hätte ja passen können. Doch, Bombo Road. Da haben wir sie. Bombo Road. Und... Ente Bente Road. Johnson Street. Kyagawa Road. Hier, da, das Eck ist es. Müsste hier im Westen der Plaza sein. EM Plaza. City Plaza. Äh, unser Plaza. Master Plaza sehe ich jetzt nicht. Ah, vielleicht eh Master Plaza. Könnte ja sein. Ähm, George Optical und Butter Butter. Das müsste dann... Wir sind in dieser Rundung von dem Ding hier. Das heißt, hier müssten wir Richtung Westen eigentlich einen dieser Orte sehen. Gut, von wann sind die Bilder? Die Bilder sind von wahrscheinlich vor Corona, ob es die Lehren noch gibt. Äh, Wine Pharmaceuticals. Sehen wir das vielleicht. Ah, hier ist auch noch so eine Drehung. Aber das ist keine Straße. Boah, ich kann mir das gerade echt schwer vorstellen, wie das aussieht. Wir fahren und da kommt so ein Geschlängel. Wir fahren und das ist das hier, nicht? Und wir kommen dann von da. Und... Das heißt, da und dann kommt da so ein Dreieck. Hä? Irgendwie... Wann mal. Hier führt eine Straße lang. Die geht nach oben zu zweit weg. Das ist das hier. Oder? Das ist der Weg. Dann stehen wir... Und hier stehen wir irgendwo. Und da geht es zur zweiten runter. Das ist das Ding. Genau. Das hier müsste das hier sein. Oder? Wann mal. Oder ist es das hier? Das ist der Weg, oder? Oh, Mann. Dann wären wir jetzt hier. Aber dann müsste es ja hier eine Straße rumgehen. Und das tut sie nicht. Das heißt, dann sind wir hier. Oh, oh. Russian Florist. Nee, Rasida. Okay. Ich habe keinen Plan gerade. Eigentlich würde ich jetzt Paint raussuchen, nicht? Wie lange bist du heute noch online? Hallo, Terolino. Ähm. Nur noch diese Runde. Dann sind wir für heute durch. Aber ihr könnt alle alten Folgen schon von damals, von vor ein paar Wochen euch alle noch angucken. Sind alle auf YouTube verfügbar in der entsprechenden Playlist. und auch sonst, äh, auch andere Spiele und Sachen. Ich habe zum Beispiel auch 60K, ähm, Geotastic Runs. Die gehen dann, wenn ihr richtig lange gucken wollt, teilweise über vier Stunden. Ähm. Oder die alten Streams mit Geotastic. Da habt ihr auch das volle Erlebnis. Könnt ihr auch einfach durchlaufen lassen. So, aber wie finde ich jetzt heraus, ich kann mir das echt gerade schwer vorstellen. Wir kommen aus dieser Straße. So. Irgendwie ist das auch verzerrt, nicht? Durch dieses ganze Ding. Und dann kommen wir auf eine Ecke. Ey. Wo wollte ich denn jetzt hin? Da hinten. So. Dann kommen wir auf eine Ecke. Wo eine Rundung ist. Und die liegt östlich. So. Also wir kommen von einer Doppelstraße. Ne, wir kommen von einer Einfachstraße. Eine Straße, die sich aufspaltet bei uns. Ich weiß nicht, ob das dargestellt ist. Das heißt, wir haben eigentlich ein Dreieck. Die Straße kommt aus Süden. Und die kommt aus Westen. So. Westen und Süden. Westen und Süden. Dann stehen wir hier. Und dann ist das die Rundung. Okay. Und dann müsste... Ja, dann ist es das, was ich schon gesagt habe. Nicht? Aber der Masterplaza und Co. Da. Masterplaza. Da steht er doch. Okay. Jetzt habe ich es. Und wir stehen in diesem Knick drin. Bedeutet. Ich würde sagen, dann wahrscheinlich da. Finish. 5,31 Meter. Wir haben es geschafft. Mann, Mann, Mann. Also, jetzt ist mein Gehirn aber auch schon brei nach 6 Runden oder 5 Runden, die wir gemacht haben. Aber wir haben es doch noch in unter 40 Minuten geschafft. Wir waren in Bermuda, 6,34. Wir waren in Curaçao, 22,31. Das hätte deutlich schneller gehen können. Und wir waren in Uganda, 8,49. Ja, ich würde sagen, 18.000 Punkte. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.